Sooo und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hexodius. Ja, das letzte Mal ist für mich schon nicht nur etwas länger her, sondern auch schon richtig lange. Ich glaube drei Wochen. Vor drei Wochen habe ich das letzte Mal Hexodius gespielt. Und zwar aus gutem Grund. Das letzte Mal, als ich Hexodius gespielt habe, war es sauwarm. Und deswegen bin ich etwas vielleicht ins Schwitzen geraten und hatte dann keinen Bock drauf, dass mir das normal passiert. Deswegen habe ich mir selbst gesagt, dass ich erst wieder spiele, sobald es draußen kühler ist. So, heute ist es draußen etwas kühler und auch hier drin. Das heißt, es geht weiter. Was habe ich denn hier überhaupt? Energie vorgebracht. Oh ja, das war ja so cool. Ja, lassen wir das doch einfach mal so und gucken mal. Ich glaube, Energievorrat habe ich das letzte Mal gerade erst freigeschaltet. Generatoren zerstören. Ja, dafür habe ich das... Oh, verdammt. Ich habe da was vergessen. Alter, zieht Leine, ihr Mongos. Ehrlich mal, geht doch wohl nicht. Klar hier. Meine Güte. Ah, bumm. Und Schiss. Wow, 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 wow. BPS, was geht da? Wow. 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 Wäre geil, ne? Ähm, die Zeit ist langsam irgendwie gerade ein bisschen schon knapp. Mongo! Wieso habe ich den nicht erwischt? Ach so. Ah, okay. Ich verstehe, glaube ich. Okay, das sind neue Gegner. Die man nur treffen kann, wenn sie selbst schießen. Die Arsche. Die Frech. Alter. Alter. Und dann kommt hier sowas an? Alter. Ja, genau. Das kann ich jetzt schon knicken. Das schaffe ich nicht. Alter. Am Arsch. Zieht Leine, ihr Mongos. Ihr stinkt. Verpisst euch, man. Ja, klasse, kann ich vergessen. Okay, da muss ich direkt drauf losgehen. Ist wohl auch besser so, weil ich habe schon wieder drei Leben verloren. Alter, ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Ja, in der Zwischenzeit, während hier die Explosion kommt, und der Brett nochmal wieder alles erklären muss. Ja, dann machst du es doch selbst, wenn du es besser kannst. Deswegen... Erstmal was trinken. So, erneut versuchen. So. Ähm. Ich muss gerade kurz gucken. Ich würde trotzdem mal sagen, dass wir das so rum machen. Dann kann ich nämlich gleich den Turm zur Verteidigung platzieren. Und selbst ordentlich drauf klotzen. Ach, verdammt. Die habe ich völlig vergessen. Was, wieso? Oh, nö. Jetzt habe ich hier die falschen... Jetzt habe ich das doch falsch eingestellt. Was zur Hölle? Wieso? Foul, ja. Kommt mal vor, ne? So, Nummer 1 zetten wir schon mal. Haha. Uh. Ich werde doch noch fast knapp geworden, ey. Wow. Gut gezielt, Junge. So, erst mal Dicke hier. Flucht an. Ach, komm. Egal. Das war nur der Titanschutz. Die Titanschutzgeschichte. Gibt Schlimmeres. Ach, komm. Fick dich. Zieh Leine. Stinkender Pisser, Mann. Ja, komm, ey. Was soll denn die Scheiße? Ja, wie viele hier kommen? Und... Oh, Mann, ey. Geht mir das auf die Eier. Boah, fickt euch doch einfach. Ach, meine Güte nochmal. Alter, das war das erste Level. Es ist heute nicht so warm draus. Und trotzdem bin ich schon wieder hier fast am Verrecken. Ist doch nicht mehr normal. So, weg hier. Noch mal was trinken. D? Rang D ist das? Am Arsch. Das nehme ich garantiert nicht hin. Ah, ne, ich hab... Oh, ne, 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 ne. Nein. Ah, ja, ist gut. Erklärt mir nochmal, Fred. So, so rum. Und los. Okay, ich hätte den Turm besser platzieren können. Nein, und ich bin mitten rein. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Shit. Boah, das wird doch schon wieder ein Netz. Am Arsch. Wieso? Oh, geht doch, ey. Ja. Wieso hat mich das Ding verfolgt? Komm, f***t euch. Ah, Mann. Ja, kommt. Am Arsch. Ich kann... Ich verstehe nicht, warum meine Tastel irgendwie manchmal ständen. Komm. Oh, Neustart. Ey, das kannst du doch keinem erzählen hier. Boah. Boah. So. Hey cool, jetzt bin ich hinten geschützt. Immerhin. Witzig. Dann wird es ganz feuer, bam, bam. Wow, WTF ey. So, tschüss ihr 3. Fickt euch. So. Komm schon. Ja, geschafft. Sehr gut. Damit mussten wir jetzt nochmal auf die Eier gehen. Mit diesen kleinen Fuckern. Komm, das ist doch wieder Absicht hier. Wow, okay. Diesmal kein Leben verloren, nur den Titanen Schild, aber reicht trotzdem nur für Rang B. Okay. Wie. Komm nicht aus. Erstmal scannen. Ja, ja. Okay. Wo haben wir denn? Da drüben ist noch was. Aber irgendwie muss es hier ja auch Teleporter geben, weil es sei denn ich kann das irgendwie umkehren, diese Pfeilerichtung. dann kann natürlich auch irgendwo einfach ein Knopf sein. Hm. Egal. Ich würde sagen erstmal hier betreten. Hm. Überleben. Da würde ich mal sagen. Ausweichen und Turm. Ja. Probieren wir einfach mal. Wo war Ausweichen? Verdammt. RB. Okay. RB und RT. Oh, meine unglaublichen Zielkünste hier. Stelle ich mal wieder unter Beweis. So. Okay. Na. Get off. Ha. Wuh. Alter. Ah. So. Ah. Wieder so einer. Nein. Da hab ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Boah. Das geht mir jetzt ja auf die Eier. da. Und das kommt. Macht irgendwas. Tschüss. Boah. War fast. Alter. Scheiße. Da hab ich mich voll hier in die Ecke drängen lassen. Boah. Alter. Das war knapp. Ah. Geil. Telefon klingelt. Das freut mich aber. Ey. Ich unterbreche mal eben kurz. So. Boah. 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 ein Leben verloren. Scheiße. Wieso so schlecht? Boah, Mann ey. Das bringt mich noch um. Jawohl, ja. So, was kriegen wir denn hier, Feines? Einen Schlüssel. Ja, schön. Na dann. Ah, wieder nur Rang B. Scheiße, ey. Das geht mir voll auf die Eier. Was will man machen, ne? So, hier kann man nicht zurück. Das heißt, wir müssen die Fehler. Na dann. Das ist wieder Überleben einfach nur. Ja, lass ich einfach so.